Jetzt geht's weiter, oder? Genau, jetzt sag ich. Jetzt sagst du nichts, dann setzst du die Klappe, weil jetzt sag ich was. Sonst kommt der alte Zausel immer zu kurz. Der will sich immer im Vordergrund drängen, der Junge. Der hat mich an die Seite drängt. Das ist ja auch nicht schwer. Ja, es gab jetzt schon... Ja, ja, ja. Viele, viele... Mich ist Predigerhand. Es gab... Spread it to the world. Kann ich jetzt? Was die Spiele betrifft... Ja, was? Im letzten Video haben wir euch ja das Höllensystem vorgestellt. Jetzt warte mal. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier auch unter anderem zwei X16 PCI Express Steckplätze. Und wir haben auch... Keine Ahnung, was wir noch haben. Weil man halt schon sehr viele Chips in einen Chip packt und dann verbraucht mich jeder Chip. Und ich labere mich hier wieder im Kopf und Kragen. Chip, Chip, Chip. Der Chip gehört zu den komplexesten Halbleitern, die die Industrie kennt, mit bis zu 2,4 Milliarden... Entschuldigung. Ich konnte einfach nicht mehr. Kann ich jetzt, ja? Haben Sie alle ausgehustet? Ich muss so niesen. Das mei... Michi, was hast du denn für tighty Sneaker an? Coole Teile, oder? Okay. Ich predige zu euch. Wieso tut er immer die Ausschnitte verändern, dieses blöde... Dieses dumme, verdammte... Und warum finde ich nur die Maus, ey? Was ist das ein... Wo ist die... Maus? Jetzt ziehen wir das noch voll durch. Geh weg. Geh du weg. Geh doch einfach weg, wir wollen essen gehen. Niemals. Fertig. Geh weg. F*** dich. Was hast du für einen billigen Sch*** gekauft? Lass mich. Super. Das war gut. Das war jetzt Teamwork. Senfautomat. Was? Senfautomat? Was macht er denn schon lieber, ey? Ich richte die scheiß Kamera ein, verdammt normal. Voll agro, der Mann, ey. Was haben wir ihm getan, ey? Geh mal... Wir sind fertig. Und wir zeigen euch unter anderem auch, was... Ne. Ja, das war's eigentlich, oder? Da füllen wir auch mal auf den Zahn, wie viel... Wie viel... Wie viel... Wie viel... Das ist der WLAN-Router, und zwar der Nighthawk X6R8000 von Netgear. Stimmt sogar. Setzen wir natürlich auf kabelgebundenes Internet. Ideal über Kabel. Tatsächlich. Wirklich. Kabelgebunden über Kabel. To be continued. To be continued.